Ich lerne Deutsch. Nummer 3376 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Heute läuft alles zu meinen Gunsten. Heute läuft alles zu meinen Gunsten. Ich bin für die Qualitätskontrolle zuständig und nehme alles sehr genau. Das ist eine gute Idee. Genau das werden wir tun. Ich freue mich darauf. Das ist eine gute Idee. Genau das werden wir tun. Ich freue mich darauf. Hast du deine Talie gemessen? Nimm dir ein Maßband vom Tisch. Hast du deine Talie gemessen? Wir müssen uns darüber einig sein, wie wir in dieser Sache optimal vorgehen. Wir müssen uns darüber einig sein, wie wir in dieser Sache optimal vorgehen. Kannst du mir zeigen, wie man Seifenblasen macht? Kannst du mir zeigen, wie man Seifenblasen macht? Kannst du mir zeigen, wie man Seifenblasen macht? Lucy versteckt sich hinter den Kürbissen auf dem Feld. Lucy versteckt sich hinter den Kürbissen auf dem Feld. Ich muss erst noch einige Einkäufe erledigen, deshalb komme ich heute später ins Büro. Ich muss erst noch einige Einkäufe erledigen, deshalb komme ich heute später ins Büro. Ich schenke meiner Freundin Lisa zu ihrem 30. Geburtstag einen Blumenstrauß. Ich schenke meiner Freundin Lisa zu ihrem 30. Geburtstag einen Blumenstrauß. Ich kontrolliere mehrmals täglich den Blutdruck meiner Patienten. Ich kontrolliere mehrmals täglich den Blutdruck meiner Patienten. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ina war krank. Ab morgen geht sie wieder in den Kindergarten. Ina war krank. Ab morgen geht sie wieder in den Kindergarten. Mit dem bisher Erreichten bin ich zufrieden. Mein Leben hat sich sehr gut entwickelt. Mit dem bisher Erreichten bin ich zufrieden. Mein Leben hat sich sehr gut entwickelt. Ich war sechs Monate als Au-pair in Amerika. Da habe ich viel erlebt. Ich war sechs Monate als Au-pair in Amerika. Da habe ich viel erlebt. Ein runder Tisch und vier weiße Stühle stehen vor einem roten Vorhang auf der Bühne. Hier werden jede Woche Möbel günstig versteigert. Die Plätzchen müssen jetzt für wenigstens 30 Minuten in den Backofen. Die Plätzchen müssen jetzt für wenigstens 30 Minuten in den Backofen. Die Plätzchen müssen jetzt für wenigstens 30 Minuten in den Backofen. Der ganze Sommer war zu heiß und trocken. Endlich regnet es wieder. Der ganze Sommer war zu heiß und trocken. Endlich regnet es wieder. Du kannst maximal drei Tage hintereinander Tabletten gegen Kopfschmerzen nehmen. Hat jemand von euch Hunger auf Pfannkuchen? Es sind genug da für alle. Hat jemand von euch Hunger auf Pfannkuchen? Es sind genug da für alle. Hat jemand von euch Hunger auf Pfannkuchen? Es sind genug da für alle. Ich zeige euch, wie man dieses Gericht richtig zubereitet. Schaut es euch gut an. Heute ist neuer Ton angeliefert worden. Heute ist neuer Ton angeliefert worden. Ich bin gestolpert. Mein Knöchel ist verstaucht. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.